Hey ihr Lieben, wir freuen uns so arg auf die Hyperaktion, die fast schon losgegangen ist. Es wird eine Riesenparty, es wird ein Riesenfest, ihr seid die Besten! Und hey, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber zusammen seid ihr stärker als allein. Deshalb keine Entmutigung, keine Kritik und arbeitet als Team! Mega, dass ihr euch entschieden habt, die Hyperaktion zu machen, dass ihr selbstbewusst sein habt, etwas an eurer Schule zu reißen. Und deswegen wünschen wir euch, dass ihr am 11. April oder den Tag davor über euren Schatten springt. Hey, vielleicht seht ihr am Anfang nicht gleich, dass etwas passiert an eurer Schule, dass Gott durchbricht. Aber ich sag euch, Gottes Wort kommt niemals leer zurück und wenn ihr mutig seid, dann wird etwas passieren in den Herzen. Und Leute, vergesst nicht, es geht um Gott. Es wird eine Riesenparty für Gott in ganz Deutschland, wir alle zusammen, wir sind alle dabei und Jesus wird berühmt im Mund. Wir beten für euch und es beten auch ganz viele andere Leute auch in Deutschland mit für euch. Und denkt dran, dass ihr Gunst habt, dass Gott einfach voll mit euch sein wird und vertraut darauf, dass jeder den richtigen Keks will. Last but not least, denkt dran, dass es auch einfach um die Beziehung geht, dass euch die Leute sehen, dass ihr die Leute seht und ihnen einfach auch Gottes Liebe weitergebt. Und wie es so schön heißt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke und habt auch Spaß einfach als ganze Gruppe und rockt das ganze Ding! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020